hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble heute das wochenende es ist für mich jetzt gerade samstag für euch jetzt auch wenn ihr das video sieht wenn ihr es heute seht sonst nicht ich spiele world of tanks und ich werde jetzt wieder vier runden spielen ich probiere die ersten vier runden wieder bis hierhin zu kommen und danach geht es weiter bis die stelle weg sind obwohl nach dem mal drei stellen kommt bestimmt einmal zwei stellen also werde ich wahrscheinlich bei denen erstmal hängen bleiben für heute samstag ist dann weitergehen weil ich vielleicht lieber videos die heute am samstag drehen also dann viel spaß und schneidet euch an die erste runde geht gleich los hier sehen wir erst einmal die panzer dabei waren und wir werden dann nach a rüber fahren oder dann nach b und dann nach c kv 2 so da war ein baum hab den baum umgepflügt der damm visiert um wen darum könnte ein jäger drin sein wir haben sie nicht mal angekratzt sie haben uns eine kette die 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 Was ist das für einer? Kann ich nicht lesen. T... War mittelschwerer. Da geht's. Der KV1. Und das ist der T34. Naja, okay. Hier oben wird's ein bisschen spannend. Wie lange Lichter gehe ich nach vorne? Nicht. KV2. Ah, der nächste da unten. Nee, da wird nichts. Ein Mitsu. Ist das ein Mitsubishi? Oh, der hat nur noch 10 Leben. Das wird nichts. Oh, oh. Oder noch einer mit 10 Leben. Ob der das schafft? Ich glaube nicht. Da kommt der hinter. Oh, daneben geschossen. Jetzt aber nicht. Gut, dann war's das mit der ersten Runde. Wir schauen noch mal auf welchem Platz ich war. Ich bin hier ziemlich früh gestorben. Hab auch nicht sehr viel Schein gemacht. Aber ich bin nicht der Letzte. Ich glaube nicht. Ich bin nicht der Letzte. Ich bin nicht der Letzte. Okay, nichts ohne. Viel Spaß. Irgendwie war jetzt gerade nicht mehr der Franzose ganz hinten euch, sondern jetzt hier der Straf M42. Witzig. Das war der Schweizer, äh Schwede. Der Schwede. Komisch, komisch. Der Franzose war jetzt der Vorletzter. Ich hab mit dem Franzosen so viele Punkte gemacht, dass der hier jetzt, äh, das Schwächste ist. Wow, ich wurde angeschossen. Jawohl. Noch ein Schuss, dann ist er down. Mal dass es gut machen. zeros weg, nein. Alles weg. Also welche plastic dieaves non件 Perquèäle zurücknehmen, für mich starten. Ach. Jawohl. Treibstoff-Treffer. Ja, aber das war nicht mein Kill. Nur geholfen. Aber auch gut. Schnell zur Fahne fahren. Zur Fahne. Du bist doch gleich kaputt. Da komm ich nicht hin. Da ging nicht durch. Da ging nicht durch. Ach Mensch, das ist ja ärgerlich. So ein Mist. Auf welchem Platz war ich? Mhm, mhm. Mhm, mhm. Oh. Und? Ach, war ich so schlecht gewesen? Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal, ich war doch besser wie der hier. Nee, das war mir schon immer. Also. Ich war noch besser wie der. Es war 5 schlechteste. Nee, das wird doch nichts mehr. Also, warte geht's. Nächste Runde. Okay, die nächste Runde. Kupferfeld. Guck mal hier. Kupferfeld, Kupferfeld. Wir fangen bei A an. Bei dann runterfahren ist leichter. Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Okay, wir haben sie. Irgendwie ist die Schütze ausgefallen, jemand muss das Geschütze übernehmen. Noch so eine und die sind fertig. Eine unserer Ketten wurde getroffen. Eine unserer Ketten ist zerstört. Wir sitzen fest. Mist. Was machen die anderen? Oh, das sieht auch schlecht aus. KV-1, KV-2, geht noch. Oh, zwei Leben noch. Ah, ne, ne, ne. Waren wir mal bei denen. Da wird es vielleicht noch ein bisschen spannender. Der Amex, der Franzose. Das sieht aus wie ein Spielzeugpanzer. Der letzte, das schaffen wir noch. Gibt alles, auch wenn ich nicht helfen kann. Jawohl. Speed. Mein erster Sieg heute. Auf welchem Platz war ich? Erster? Bestimmt nicht. Der Bob. Oh yeah. Video angucken? Kein Video angucken? Schade. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Also. 1, 2, 3, 4. Ja. Der sechs schlechteste Spieler. Oder der neuntbeste Spieler. Könnt euch auch so sagen. Bis gleich. Die vierte Runde. Oh, ich werde als schlechtester Spieler gelistet. Nicht schlimm. Okay. Gibt es auch nur zwei Fünfer. Deswegen. Ah, das ist nur Flagge einnehmen. Nicht Arsenal. Oh, der hat mich auch getroffen. Die Einzelkette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ja, fahren wir zurück. Das ist der Kumpane von mir. Der Fahrer ist geliefert, die Steuerung reagiert nicht mehr. Oh, das sieht schlecht aus, das sieht schlecht aus. Okay, naja, ich habe wenigstens eins zerstört. Hunter gegen Hunter, AT8 gegen Su 100. Die Su hat gewonnen. Und? Schneller. Geht doch. Oh, 2 gegen 4. 2 gegen 3. M6, M4. Gegen Explorer und was war das andere? Achso, Knocking Explorer. Achso, Knocking Explorer. Jo, noch 17. Ah. Oh, schade. Schade, schade. Na gut, das war's für heute. Dreimal Niederlage, ein Sieg. Habe ich schon mal besser gesehen. Ich schaue nochmal auf die Platzierung, die wir jetzt gerade haben. Oh, 1, 2, 3, 4, schlechteste. und nur der hier war noch schlechter also fünf schlechteste oder der zehntbeste dann genau dann sag ich mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen mit viel spaß und auf Wiedersehen tschau tschau jetzt geht es weiter für Sonntag